Mein Name ist Sven Hindl, ich bin der Organisationsleiter vom Eberl-Chiemsee Triathlon Das Rennen. Ich wünsche mir von Bayern mehr Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung. Seit fünf Jahren binden wir Paratriathlon und Gehörlosentriathlon in unseren Wettkampf am Bayerischen Meer ein. Daher weise ich in Sachen Integration und Inklusion, im Sport ist noch sehr viel Luft nach oben. Deshalb wünsche ich mir für Menschen mit Behinderung im Sport noch mehr Förderung. Wir leben Triathlon und sind mit dem Herzen und dem Kopf barrierefrei. Als nächstes nominiere ich Volker Marx.